Heute hat der Kantonsrat mein dringlicher Postulat mit einer Stimme Differenz überwiesen. Das Postulat fordert, dass der Regierungsrat auf den Energieförderstopp verzichtet. Ich hoffe dadurch, dass er nochmal über die Bücher geht und hier überdenkt, was er im Bereich der Energieförderung der Gemeinden anrichtet, bei den Installateuren und bei den Bauherren, die gerne Massnahmen ergreifen würden, um uns von der Abhängigkeit vom Gas und Öl etwas zu befrieren. Vielen Dank für's Zuschauen!